Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zusammen mit Marco Ferber begrüße ich Sie recht herzlich zu NZZ Standpunkten, zwei Journalisten, ein Gast. Und dieser Gast ist eine Persönlichkeit von ganz besonderem Format. Längst ist er nicht nur Autor und Elder Statesman, er ist eine moralisch-politische Instanz im Lande. So schrieb die Hamburger Zeit über ihn. Das Land ist Deutschland, der Gast, Altbundeskanzler Helmut Schmidt. Seien Sie herzlich willkommen, Herr Schmidt. Herr Schmidt, 2009 ist für Deutschland ein spezielles Jahr. Ihr Land feiert 60 Jahre Gründung der Bundesrepublik, 20 Jahre Mauerfall, Wiedervereinigung. Würden Sie Deutschland heute als gefestigte Nation mit einem Platz in der Welt bezeichnen? Wenn Sie mich das 40 Jahre später fragen würden, würde ich wahrscheinlich weniger Hemmungen haben, mit einem glatten Ja zu beantworten. Da Sie mich aber heute fragen, muss ich antworten, ja, aber es fehlt noch ein bisschen. Was fehlt? Es fehlt das Zusammenwachsen zwischen der ehemaligen DDR und der ehemaligen Bundesrepublik. Warum fehlt es noch nach doch immerhin fast 20 Jahren Wiedervereinigung? Lassen Sie uns einen Vergleich ziehen. Ist das Mezzogiorno und Milano ein und dieselbe Nation? Oder fehlt da auch noch ein bisschen? Ist das der treffende Vergleich? Nein, kein treffender, ein unzutreffender, aber ein Vergleich. Ich will damit sagen, es gibt auch andere Nationen, bei denen noch ein bisschen fehlt. Lassen Sie mich ein anderes Beispiel nehmen. Das Verhältnis zwischen englisch sprechenden Kanadiern und Frankokanadiern in Quebec. Da fehlt auch noch ein kleines bisschen. Würden Sie denn sagen, die Wiedervereinigung ist nicht geglückt oder sie ist noch nicht geglückt? Die Wiedervereinigung ist geglückt, aber sie ist noch nicht vollständig geglückt. Wiedervereinigung ist eine kleine Tausendung. Vielen Dank.